Will ich das richtig eben gesehen? Es wäre ja cool, wenn ich das auch als Eindruck bekommen würde. Aber ich glaube nicht im Moment. Das wird wahrscheinlich schwierig werden, oder? Weil jetzt fehlen ja eigentlich nur noch ein Pokémon. Sag mir jetzt bitte, dass ich das eintragen und einfach bekomme. Naja, natürlich bekomme ich hier nicht. Was willst du hier sehen? Gangama, aha, okay, egal. Schade, ich hätte jetzt gerne den Eintrag mitgenommen, das ist aber nicht das. Weil dann hätte man nämlich den Sack zugemacht da oben. Es fehlt doch vier Pokémon. Das wird nicht schwer werden. Aber ich muss jetzt gucken, wieso ich es irgendwie hinkriege. Ich weiß es nicht. Ich habe ja damals das Ammonitas irgendwie... Naja, egal. Okay. Wie reißt jetzt ihr noch? Ich mache mich danach auf, definitiv in der nächsten Folge erst, würde ich sagen. Komm schon mal so hin. Ich habe ja noch ein bisschen zu heil. Ja, ich... Ich glaube, das war jetzt eigentlich in Anführungszeichen relativ einfach zu fangen. Ja. So, ich werde jetzt ein bisschen nicht mal an diese Seite begeben, weil ich will eigentlich jetzt... heil, 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 ich will gar nicht drin haben. Das ist mir jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin, ziemlich egal, weil... äh, habe... Level, aber... BB brauche ich jetzt gerade das nicht. Das ist ein Toter, ein bisschen Toter Trainer. So. Dann bist du also der richtige Einer, oder? Sein Christin superpraktisch, oder? Ich finde, das ist ein super Ränder. Ja, wie die wollen wir sein. Gut. Damit ist auch nochmal Feierabend sind wir in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's an Nasen. Nächste längere Vogelpokémon. Und dann ist es Arctos. Der längste Weg, meiner Meinung nach. Naja, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Und tschüss. Ja, liebe Leute, wir sind dabei. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go. Eboli. Wir sind dabei auf jeden Fall heute. Und wir kümmern uns heute um die Seeschaueninsel. Und das ist die Heimat von Arctos. Das legendäre Vogelpokémon, das uns... noch bevorsteht. Kennst du das? Wenn du gerade mit Wuchtstoß ein paar Blöcke verschieben willst. Und die dann andauernd will die Pokémon in den Weg klatschen. Ich bin jetzt einfach an die Sprüte so Schutz. Wenn sie von mir fernzahlen. So kann ich umgestellt Blöcke nicht die Gegend schieben. Okay. Ja, gut. Da wollen wir doch mal ohne Problem hier. Schieben wir mal Blöcke. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Eingang. Sonst müssen wir nochmal zurück. Aber ich glaube, das war der richtige Weg über die... in den, äh... in den Fuchs ja eine City. Klar, es sind einige neue Pokémon dabei. Es sind natürlich auch einige alte Pokémon dabei. Aber wenn ich mir um Geowatz oder sowas... irgendeinen Weg laufen würde, das wäre super. Aber es wird nicht hier passieren. Da bin ich mir jetzt schon unsicher. Ach komm, Aua! Gott, das brauche ich jetzt nicht. Wir machen das so. Warte mal. Genau. Ist schon irgendwie... So ist es wirklich. So. Ah, der ist schon. So. Ich finde mal von Superbälle einfach. Okay. Nehmen wir gerne mit. Ach... Warum müsst ihr da jetzt doch nochmal rein? Nein, ich muss jetzt nicht jedes Pokémon fangen. Müssen wir dann einfach mal aufgeben, warum wir das jetzt wirklich hinkriegen. Hab. Hab. Ich hasse. Aber die Probleme, die ploppen einfach auf und dann stehst du da quasi schon mit drin. So. So. Halt. Ah, möchte ich rein. Wollte ich zumindest rein. So. Mal gucken. Mal gucken, wie weit es da jetzt auch weiter geht. Aha. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. und du möchtest nackt aussehen das ist klar auch labos ernsthaft vor allem ich komme unter anderem auf items suche ein bisschen zu gehen hier auch wir haben auf jeden fall erstmal die themen 55 eisstrahl früher ist es die themen 13 gewesen ich bin auch schon länger nicht mehr hier gewesen top trank so gut so So, gehen wir mal rüber. Ich glaube, hier müssen wir nämlich runter jetzt. Ich glaube, das war die richtige Weg. So, war das der hier? Ja. So, haben wir zumindest mal hinten die beiden Bauchklötze weggesetzt. Um zumindest mal ein bisschen hier weiter zu kommen. Wir holen uns kurz das Item hier. Da sind drei weitere Überbälle. Weil jetzt haben wir nämlich die beiden Steine, haben wir nämlich die Strömung da hinten ein bisschen abgearbeitet. Und wir kommen jetzt hier ein bisschen weiter rein. In den Bereich. Wir können uns hier... Oh Gott. Ich das hasse, wenn ich dann irgendwo hingehen muss. So, also erstmal die Kapseln X-Tempo hier mitnehmen. So, können wir hier unten weiter. Okay, bei dir waren wir schon. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt runter? Okay, Lösung gefunden. So, Hübertrank nehmen wir mit. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt hier? Okay, ja gut, das ist ja nicht so cool. Ich glaube, das Rätsel kenne ich noch. Das ist, glaube ich, das letzte Rätsel, ob es vor allem so anders geht. Erstmal die Steine da wegsetzen. Ich glaube, es war der untere Stein, ja. Ich glaube, es war der untere Stein. Das heißt, es ist noch hoch. Ins Eck. Genau. Noch einer runter. Dann sprechen Sie. Dann der. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber ich glaube, ja. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier runterkommen, dass wir hier den richtigen Weg gefunden haben. Erstmal machen wir uns darauf, das Alte mit einzunehmen. Das ist eine Riesenperle hier. Und jetzt, glaube ich, können wir... Können wir, glaube ich. Ja. So, heute versuchen wir unseren Arctos das letzte legendäre Vogelpokémon. Wie ich das letzte legendäre, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Dann sehen wir erstmal Arctos. So, Arctos wird definitiv uns mit wahrscheinlich wieder für Raichu sein. Weil der Vorteil ist... Raichu kann versuchen, das Arctos wegzuprezeln. Denn wir haben es ja geschafft mit Arctos und... Eben. Äh, mit Arctos haben wir das ja relativ schnell hingekriegt. Also zumindest was das... Zumindest was das... Was das... Hör mal auf, wer der Scheiße jetzt. Steh da drauf, bitte. Zumindest was besiegen. Mal sehen wir mal hier den Kip. Die Kip ein. Einmal so eine Sonderpasse ist in den Kip. Heistrahle. Also du gehst... Du kriegst noch eine Attacke hinterher. Damit du da noch den Sieg setzen kannst. Okay. Okay, mag mal. Los geht's. Feuerschlag. Das wollte ich nicht. Sehr fällig sein, also es mag doch so sein. Ja, das ist doch nicht wahr. Wie krieg ich... Wie viel Lack hat die Weißes? Wie viel Lack hat die Weißes? Volltreffer. Hintereinander weg, ey. Damit ich da irgendwie noch mal... Dann frierst du mir mein Feuer. Kann man doch noch einmal. So. Einmal Feuerstorben. Hau das Lied weg, ey. Komm, mit ein bisschen Glück. Hab mir jetzt ja kein Volltreffer. Der Feuerstorben trifft auch. Und dann haben wir noch ein Feuerflamme hinterher. Dann muss das Lied eigentlich dauernd sein. Ich hoffe zumindest... Mach das. Scheiß Glück mit deiner Attacke. Drei Minuten noch mal noch fliegen, Leute. Ja. 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 Drei Minuten haben wir noch. Drei Minuten haben wir noch. Und dann versuchen wir es. Ich muss es denn... Ja, jetzt 2,45. Also müssen wir es besiegen. Ja. 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 Arctos haben wir zumindest mal so weit, dass wir es fangen können. Ey. Jetzt müssen wir es noch hinkriegen. Ist das eine riesige Arctos? Okay. Ja. Ja. 2220. Komm her jetzt. Arctos, ich mag dich am liebsten. Wir haben ja nur Kümmibeer. Okay. Aber wir haben noch drei. Also... Das ist jetzt zu langsam gewesen. Ja. 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 Dann werden wir zusammen Leslie. Ich weibste zusammen. Weiter will ich nicht gerade etwas nerker. Ich brauch mir gerade lokal. Großartig, komm wir jetzt! Eben mit Einen Kollegen habe ich examiner Fabian Nano Netto. Ahas ledigend. Nein welcher. Ja was anderes? Ja-Ihhh. Ziel möchte ich haben. Komm. Ah, das ist jetzt nicht mal einfach ein bisschen. Ich bin so nicht genauer in den Volk gebraucht. Komm rein. Die meisten aber möchte ich mir gerne nicht unbedingt gegen Arctos auswippen. Ja, komm, ich war anders. Ich kriege auch so genug. Eins. Ja, gut, der die Gerufen. Eins. Zwei. Drei. Yes! Und damit haben wir sie. Ich glaube, Zapdos haben wir mit einem fahrbelachten Ball. Arctos mit einem großartigen. Wunderbar. Level 58 für Evolei. Level 57 für Nido King. Heizu und Magma kriegen keine Erfahrungspunkte, weil sie beide schon besiegt wurden. Aber das ist mir auch jetzt egal. Hauptsache, wir haben das, das Arctos gefangen. Punkt. Ja, damit haben wir das auch. Damit steht uns jetzt eigentlich nur noch ein Pokémon bevor. Was wir fangen müssen. Oder was wir machen wollen. Dieses Pokémon ist ein ultra-starkes Pokémon, das ist klar. Ich gucke gerade mal, was ein Pokédex sagt. Mir fehlt einfach, wie gesagt, das ist Amoron. Amoron hat man nicht das noch. Und Amoron hat man nicht das noch. Vielleicht haben wir das auch so Glück. Kannst du mal Moria City noch ein, äh, bereits erhaschen. Und Geowatz. Amoron hat man nicht das Geowatz Mewtwo. Drei Pokémon fehlen uns noch. Und dann nochmal 150. Ich glaube, dass es Mew so nicht hier geben wird. Also, so muss ich mir die, das muss ich's mir auf, äh, Pokémon, aus Pokémon. let's go rüber tauschen weil da habe ich definitiv eins so okay dann haben wir das zu halten hat wie gesagt noch drei pokémon die rüber getauscht bekommen dazu machen wir zurück nach azurias city ich gucke gerade ob ich sehen kann vielleicht habe ich ein bisschen glück so erst mal nach memoria city und dann machen wir versuchen mutter zu fangen aber jetzt auf meiner memoria city und kurz das museum eintauchen und das werden wir dann auf jeden fall auch in der nächsten folge dann machen wir sehen uns auch wieder und dann freue ich mich mal wieder dabei sein würde herzlich willkommen zurück so let's play pokémon let's go evoli wir sind dabei immerhin pokémon ist verursachtlich uns fehlen noch insgesamt drei pokémon wir haben 147 gesehen ich weiß nicht ob das reicht aber 150 sehen müssen aber sie müssen immer so müssen ich weiß es nicht mehr sonst muss ich noch mal aufs kündigt in die fangenjagd gehen möchtest du ich habe keine ruhe so okay ich möchte gerne einfach jetzt da gibt es möglichkeiten das hat mich gerade keine ruhe ich guck gerade ob ich es jetzt irgendwie versuche das krieg ich habe es mit glück und kann es tatsächlich möglichen das gewahrt zu tauschen ja scheiße ich dachte mir ich habe ein bisschen glück okay egal wollen wir uns mal auf unser museum wir gucken mal ob wir da ein bisschen glück haben vielleicht haben wir ja auch schon ein bisschen ich brauche den eintrag für amonika das unbedingt das habe ich ja schon während jetzt angesprochen amonika skewer als mutter das sind doch drei pokémon die uns definitiv in der tasche fehlen ja ernsthaft ich habe nicht ja ernsthaft dann machen wir uns mal zurück nach azurias city vielleicht haben wir ja ein bisschen dusen so geil mit techniken hindertritt azurias city die ganze meisterin oder sind wir doch irgendwie vielleicht jemand für mich hat mich hat das andere rosa hat ja für mich schon gehabt die eine sagt dass ich das nicht finde dass es das nirgendwo gibt ja sonst muss ich ja nichts mehr zu bauen so ok dann machen wir mal kurz hier runter auf weil dann fangen wir heute tatsächlich so stark im youtube das wird definitiv alles anders einfach werden weil das will ich wahrscheinlich will mit 70 sein aber wir haben doch einen trainer hier rum das glück hey James du darfst diese Höhle betreten aber jetzt werde ich mich noch den Trainerkurs in den Weg stellen das ist keine Zeit verschwenden bist du bereit? ja 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 dann haben wir nämlich den nächsten eintrag 5 oh das ist 5 pokémon und fängt mit dem Rizzo raus an ok das könnte tatsächlich was werden ja ich muss halt die nächste ja ich hab keine ich hab nur Elektroattacken ich hab keine geht daraus nicht ein zu viel ausrichten du fährst die Kraftkulose an ok wie wir verteidigen sind ok das wird's auf Das ist ein Pokémon, wenn ich schon mal dauerne. Jetzt geben wir noch ein bisschen was, was ich brauche. Galoppa. Galoppa möchtest du einsetzen. Aber ich würde zumindest einen, den ich jetzt mal mit einem vollständigen Pokelang arbeiten. So, ich will Vierende einsetzen. Das ist eine Käfer-Attacke, nichts Dramatisches. So, jetzt hat der Steinagel sehr, sehr schwer reingeschlagen. Und das heißt, mit dem Durchbruch soll das das Ende sein. Der Vierender trifft natürlich jetzt, klar. Tschüss, Galoppa. You King. Gut, dann spielen wir das Spielchen zu zweit. Dann spielen wir das Spielchen mal zu zweit mit Front. Mal gucken, ob du mitspielen kannst. Ich geh jetzt noch mal abbeben. So, scheinbar war da jetzt nicht so stark. Na gut, ein Volltreffer. Das macht das nicht viel aus. So, dritte Pokémon von ihm auch dauerne. Komm, jetzt gib mir was, was ich brauche. Voll. Das ist noch mehr. So, freitspielen, komm. Golki. Der Donner brästet jetzt zumindest mal weg. Also zumindest mal schwer. Oh, die Paralyse greift noch. Und die greift sogar noch doppelt. Ja, gut, das reicht schon. Äh, gut, ist gar nicht. Golking, das war's für dich schon. Und das jetzt ist ein Jugo und du hast echt kein Jugo zum Eingang, ich würde das Puppen wunderbar haben. Viel Ende. So, auf jeden Fall. Tschüss. Jugo und ich war zu uns auflegen. Präler Coach. Bereitere 52. So, okay. Was für ein herrlicher Kampf. Mal gewonnen zu tocken. Äh, vom Champ hatte ich auch nichts anderes erwartet. Das hier hast du dir verdient. Ich habe keine Ahnung, was mit Vorsicht geht. Ah, okay. Ja, so, wenn mir schon klar ist. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen Glück gleich. Also zumindest mit dem Ammoniter. Das ist, vielleicht haben wir da ein bisschen du so gleich. So, erstmal Ralschuhre ein bisschen fallen. Damit ich habe noch die Superträger. Ich habe ja noch die Lesung und eben da so toptragend und so. So, Team. Da viel bewegen. Ich fasse einfach mal nach vorne mit dir. So, ich habe hier das Gefühl, dass hier noch irgendwo ein Trainer stehen dürfte. Das ist ein Tauboga, was mir gerade entkommt. Aha, okay. Dann ist das. Ich dachte, es wäre damals... Ich glaube, ich kenne mal ein Originalspiel, dass hier zwei Trainer noch standen. Aber. Äh, leider dann irgendwie doch nicht. So, okay. Dann machen wir uns heute mal in die Höhle der Asturias.